In dieser Stadt bewegen sich nur wenige außerhalb des Systems. Einige sind Freunde, einige sind Feinde. Und meistens weiß man es nicht. Hey! Clara Lynn. Eine tickende Zeitbombe, aber die beste Hackerin, die ich kenne. Du kommst dahin, wo die nicht hin können. Ihre Security wird das Einbringen bemerken. Aber dann ist es schon zu spät. Du arbeitest nicht gern im Team. T-Bone Brady. Ein gebrannte Genie. Spielt dennoch mit dem Feuer. Was stimmt los mit unserer DNA nicht, dass wir so gerne Sachen sprengen? Irgendein Uhrzeitscheiß, ganz sicher. Geordi Chin. Hi. Ein Fixer mit Prinzipien, die sich je nach Preis ändern. Trenn endlich mal die Moral von der Kohle. Das hier hatte ich für dich. Eine Haftbombe. Sie haftet. Was für ein Beschiss. Ein Plan. Großartig. Anthony Waite. Alias Iraq. Ex-Soldat. Überträgt Militärstrategien auf Bandenkriege. Dieser Rächer. Das ist die neue Art von Killer, mit der wir es zu tun haben. Du wolltest kämpfen, Pierce. Spielen wir es zu Ende. Lucky Quinn. Erscht mit Härte und Charme über Chicagos Verbrechersyndikat. Die Erfahrung lehrte mich, mich nicht manipulieren zu lassen. Nicht nachzugeben. Es wird dich überraschen, wie wenigen Menschen du in einer 3-Millionen-Stadt trauen kannst. Der Dezio. Untertitelung des ZDF für funk, 2017